Hallihallo! Zurück zur dritten Folge. Wir geben jetzt erstmal die Quest hier hinten ab. So. Ich kann nur sagen. Wie jetzt? Ich kann... Achso, ich muss erst irgendwas ablegen. Da gucken wir mal schnell, was jetzt nicht so... Hier, drei. Und dann ziehen wir uns die Hose gleich an. Halt, da wollte ich gar nicht drauf drücken. Hier wollte ich drauf drücken. Hose. So, fünf. Und was hatte die hier? Die hatte nämlich eins, genau. Das Päckchen haben wir immer noch. A Quest erfolgreich. So, dann war das erstmal hier die Quest. Dann gehen wir jetzt erst mal... Halt! Dann... Wo müssen wir denn hin? Darüber wieder. Gut. Dann gehen wir mal wieder da hin. Und geben... Ach ja, genau. Wir sollten ja das Päckchen der Gastwirtin abgeben. Genau. Ich will hier nur mal kurz ein Bild machen. So. Lauf mal weiter. Oh. 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 Hey, was will er denn? Will der hier einfach handeln? Ich hab gar keine Lust zu handeln. Spinnst du noch eine Runde? Ja. Ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Genau. Da war schon wieder ein Baum. So. Oh. Ich wollte eigentlich nur was gucken. Jetzt hab ich da aus Versehen draufgedrückt. Naja. So. Oh, der Weg zieht sich aber auch immer. Hallo? So. Ich hoffe, es ist nicht allzu sehr verpixelt. Also ich hab die ganze Grafik schon unter Optionen komplett hochgedreht. Ja. Ich hoffe, dass es okay ist. Oh. Hier sieht's aber eigentlich recht cool aus. Was hat der so ein Level? Level 4. Die haben alle Level 4. Okay. Wir haben Level 5. Also es passt ja alles noch. Oh. Hier schön mit Statue da hinten. Nicht schlecht. Der hat schon Level 5, der eine hier unten. Gleich sind wir da. Das sieht aus, als ob es so wächst. Aber das bewegt sich auch. Ich hab jetzt gedacht, das sieht nur so aus. Das ist Laufen. Aber nee. Hier ist ein Flug. Nee, halt. Müssen wir mal ein Stück. Gehen wir mal kurz hin. Drachen. Also hier... Hier könnte man jetzt irgendwo hinfliegen. Wenn man nicht laufen möchte. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Da kann man eine Quest annehmen. Aber... Bist du ein Händler? Nee. Auch kein Händler. Ein Händler! Wir verkaufen jetzt mal unser ganzes Zeug. Damit wir hier Platz kriegen. Alles weg damit. Den Umhang. Das weg. Das weg. Die Hose weg. Das Paket braucht man noch. So, jetzt haben wir schon 8 Silber. Ist natürlich nicht so viel. Hier kann man dann auf jeden Fall noch viele Quests annehmen, wenn wir dann lustig sind. Oh, wie sieht's denn hier aus? Cool, cool. Ah, hier. Hey du! Wir machen das erstmal zu unserem Heimatort. Das heißt, wenn wir hier draufdrücken, kommen wir dann jedes Mal hier an. Achso, wir nehmen jetzt erfrischendes Kreml. Ein Sonnenbrunnen. So, wir haben Wasser. Die hat nichts mehr vor uns. Schade. Äh, was gibt's hier? Alles hat seinen Preis. Selama Aschale Nure. Kram. Wo geht's denn hier lang? Ich will mal hier oben gucken. Kann man hier irgendwas lernen? Was ist euer Begehr? Seid für alles bereit. Boah, hier ist noch ein Händler. Können wir ja mal gucken. Was verkaufst du? Was sucht ihr? Juwelenset. Haltet den Kurs. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Hier gibt's noch eine. Oder waren wir bei der schon? Die ewige Sonne wird uns leiten. Kochlehrling. Ach, da kann man Kochlehrling werden. Okay, was könnte man bei ihm hier werden? Weltweise. Nichts. Chorelle Aran. Okay. Erste Möwchen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Was können wir bei dir? Trödelt nicht. Ach, hier können wir einfach nur Zeug kaufen. Okay, jetzt sagst du, was will ich jetzt eigentlich nicht kaufen? Tod allen Widersachern. Weil das kriegt man ja dauernd durch irgendwelche Missionen oder wenn wir irgendwelche Viecher töten. Deswegen braucht man das eigentlich nicht kaufen. So, was können wir bei ihr lernen? Die ewige Sonne wird uns leiten. Juwelier. Ach, da können wir sowas wie Anhänger und sowas. So, wir sind jetzt Juwelier. Cool. Ja. Boah, das ist schlimmer. So, wo geht's hier raus? Ach, die geben auch gerade alles ab. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Dann können wir ja jetzt... Ich würde sagen, wir nehmen gleich von denen hier vorne an. Hey du. Was ist euer Begehr? Sammelt sechs Arcan-Kerne. Oder gibt es dann... Etwas Tröses? Die Gerechtigkeit wird obsiden. Ähm, ja. Wir wollen mal sehen, ob wir hier über den Zaun hüpfen können. Ja. Höh, wenn das so ein Viech. Ich glaub, hier sollte ich nicht lang gehen. Ich kann das noch nicht sein. Oder? Doch, hier muss ich hin. Ich hoffe, die sind noch nicht zu stark für uns. Ich hoffe, die sind noch nicht drauf. Ah, ein Hammer schon mal. Also diese komischen Viecher müssen wir glatt machen. Jetzt kommt der da bestimmt gleich angelaufen. Oder erst der. Na, komm, lauf. Toot. Jetzt haben wir zwei. Komm her, du kriegst auch gleich eine vor die Mütze. Und da ist er auch weg. Eigentlich sind wir jetzt erst im Gebiet, aber naja. Au. Greift der mich einfach von hinten an? So ein Arsch. Keiner will nur schwar sein. Oh, er ist nicht gegen den, dann krallen wir uns den hier um. Ich bin das noch nicht bloß hier. So. Und das? Was war das? Wer jetzt noch nicht zählt, kann ich auch anbieten. Helfen wir denen mal. Ich lege immer noch aus. Okay. 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 So. Wir brauchen immer noch drei Stück. Jetzt sind wir aber wieder draußen aus dem Gebiet. Und da hinten läuft noch einer rum. So. Drei Kupfer. Jetzt klaut der den natürlich. Ich kann das noch nicht wirken. Ich helfe einem Ziel. Oh. Wir brauchen keinen Straßen, Junge. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Gut. 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 Es sieht nicht mehr so aus, als ob hier noch so komische Dinger rumlaufen. Da müssen wir nochmal zurücklaufen. Vielleicht sind jetzt wieder welche da. Ja, da stehen jetzt zwei. Ach nee, die sind auch tot. Okay. Ich brauche aber noch welche. Ich brauche aber noch welche. Das ist blöd. Hier vorne ist auch noch tot. Hier drüben gibt es ja noch ein Gebiet, wo ich hin könnte. Ich muss mal einmal quer Feld laufen. Hui. Es war natürlich klar, dass jemand kommt. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich sammle mal wenigstens nebenbei noch gleich ein bisschen Geld ein. Ach, kommen wir hier überhaupt hoch? Nee. Dann müssen wir hier unten drunter durchlaufen. Laufen wir mal durchs Gebüsch ganz gekonnt? Nee. Da ist einer. Da. Hey, du, 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 bleib stehen! Das ist ja nicht bereit. Ich habe ihm natürlich gleich drei geblieben. Das ist natürlich blöd. Drei. Nein! Ey, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Ich brauche ein Ziel. Oh, ich hoffe, das schaffen wir jetzt. Mann, ey. Das war aber hier. Knappe Kacke. So, wie viele braucht man jetzt noch? Noch zwei Stück. Der kleine Baum. So. Hier durch können wir. Genau, da müssen wir jetzt auch zu einem Gebiet kommen. Genau. Ja, da sehe ich schon zwei Stück. Oh, noch was. So, wieder einsammeln. Dann gehen wir gleich hier lang. Er kommt auch gleich natürlich an. Oh, nee. Jetzt kommt noch einer. Das lädt immer noch auf. Ich habe keine Angst. Das meine ich. Ich habe keinen Zug. Oh. 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 Oh, Mann. Bereit zur Abgabe. Gut. Dann geben wir das jetzt mal schnell ab. Ja, wir laufen jetzt hier oben, ne? Was sind das so Kissen? Hier müssen wir lang. Irgendwie so. Ja. So ein bisschen hinten rum, ne? Pass mal hier durch. Ja. Und einmal hüpf. Ach, da vorne. Ja, genau. Da war der Brunnen. Da müssen wir das wieder abgeben. Ich hoffe, dass wir dann Level 6 jetzt erreichen. Durch die Abgabe. Äh, so. Wo steht der gute Herr? Hier steht er. Huh. Komm mal her, du. Wir nehmen das. Das nehmen wir auch. Klar, ich muss mal den Brief übergeben. Dann ziehen wir erst mal uns den Mantel an. So, genau. Jetzt sehen wir natürlich ein bisschen anders da aus. Aber naja. Wo ist das? Da drüben. Muss man da lang? Geh lang. Du, 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 du. Hier war man noch nicht. Kann man auch Zeug annehmen. Ja, ich denke mal, wir werden dann eh nochmal ein Stückchen zurücklaufen und was annehmen. Was ist denn hier los? Cool. Äh, die müsste doch jetzt irgendwo hier oben stehen, oder? Ne, da steht sie. Genau. So. Hier ist sie, der Brief. Da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Wir machen nämlich noch ein paar Quests hier. Da waren ja noch so ein paar einige, was wir hier machen können. Halt von, wo kamen wir von da? Ah, genau. So. Die zwei können wir nämlich hier zum Beispiel annehmen. Aber hier drin waren auch noch welche. Da werde ich davon erst mal gerne was machen. Die Öhrchen wackeln. Wer bist du? Was hätten wir bei dem lernen können? Mal gucken. Der Sieg ist nah. Ach nee, das war ja jetzt. Für den Sonnenbrunnen. Hier war einer, wo wir hätten was lernen können. Der Sieg ist nah. Hier können wir uns Schwerter kaufen. Acht. Ja, nee, wir behalten. Aber können wir hier Zeug verkaufen? Ja. Gut. Ach halt, warte mal. Das Brot. Das holen wir mal wieder zurück. Da kriegt man nämlich Gesundheit. So. Das können wir nämlich essen. Das behalten wir mal lieber. Ich würde aber sagen, wir machen hier erst mal einen Cut. Und in der nächsten Folge nehmen wir hier die zwei Quests an. Gut. Dann Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.